Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, mit dabei ist der wunderschöne Herr Paluten. Guten Tag. Palle, folgende Challenge haben wir heute. Mit verbundenen Augen musst du jetzt Masterbillers gewinnen, Leute. Wir haben hier eine kleine Schlafmaske organisiert, die ich natürlich extra für dieses Video bekommen habe. Du musst einen Engel bauen, Palle. Viel Spaß. Ich verbinde dir die Augen, Alter. Aber wie soll das denn funktionieren? Ich kann nicht mal einen bauen, wenn ich was... So, pass auf. Ich lege deine Finger auf die Tasten. So. Und ich ziehe dir ein paar Blöcke ins Inventar, die passen. Das mache ich für dich. So. Und dann musst du einfach nach Gefühl bauen. Palle, das ist falsch. Ich bin... Hallo. Hallo. Aua. 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 Nicht hauen, bitte. Aua. Es dauert alles. Es geht alles von deiner Zeit runter. Wieso warst du denn von meiner Zeit? So. Guck mal hier. Hier sind... Ich kann nichts sehen. Es tut mir leid. Hier sind farbige Blöcke. W, A, S, D ist da, Alter. Hier ist die Maus. Und jetzt fang an. Okay. Bin ich auf dem Boden? Ja, jetzt musst du nach unten gucken, nach unten gucken. Genau, jetzt guckst du gerade nach unten. Du hast einen weißen Block gebaut. Ja? Aber ich fliege doch jetzt. Ja, du fliegst gerade. Du fliegst gerade. Genau. Du musst mir auch Tipps geben, okay? Okay. Mit rechts klick baust du. Du machst die ganze Zeit links. Ach so, oh. Okay, jetzt hast du gerade schon drei Blöcke gebaut. Okay? Es geht... Sieht es aus wie ein Engel? Nein, es geht darum, wer später die höhere Platzierung hat. Okay. Sieht es gut aus? Du bist aus dem Bereich raus. Du musst wieder nach vorne. W drücken. Ja, mach ich. Nach links jetzt. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Ja. Nach links. Ja. Nach rechts. Ja. Geradeaus. Ja, was ist denn das? Nach links und nach rechts? Ja, da rüber, Alter. Da. Da gehst du jetzt rüber. Ja? Jetzt bist du... Jetzt gehst du W. Jetzt bleibst du in diesem Feld drin und baust jetzt hier einfach, okay? Ja? Gut. Du hast mal ein paar Blöcke gesetzt. Bin ich gerade auf dem Boden? Ja, ja. Du bist gerade am Boden. Okay. Du siehst gar nichts, ne? Nicht aus dem Bereich rauslaufen, hallo. Ja, was soll ich denn machen? Ich weiß doch nicht. Ich seh doch nichts. Okay, Palle. Pass auf. Wir machen das. Bei zwei Minuten darfst du anfangen zu bauen, okay? Okay. Solange musst du halt ein bisschen rumtrotteln. Ja, das ist wirklich skandalös. Warte, ich erst ganz kurz. Hey, du, nein. Du musst weiter trotteln. Ja, was denn? Du musst weiter rumtrotteln. Hallo? Och Gott, Alter. Okay, also, ich... Flieg dir mal zurück in den Bereich, hier. Warte, ich mach das. Okay. Die Kieße sind voll lecker. Es tut mir leid, dass ich mit... So, drei Minuten noch, Palle. Ja? Jetzt, dann... Okay. So, jetzt fang an. Alter, das ist ja super Krasse. Jetzt baust du einen schönen Engel, Alter. Mhm. Ich weiß halt nicht. Die Frage ist halt, baust du jetzt geiler, wenn du die Augen verbunden hast oder nicht? Das wird der absolute Wahnsinn, vertrau mir. Okay. Palle, hast du das Ding noch auf, oder? Warte doch. Was machst du denn da? Warte ab. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Okay, Leute, in der zweiten Runde geht es dann darum, abzuwarten, wie ich da rausgehe. I building fat angel. Aha. Ui, ich mach das klasse. Piedissel, nein. Was denn? Das ist das Gesicht. Ich weiß. Das macht mich so fertig, dass es das Gesicht ist. So. Hä? Warte ab, der Engel hat doch Augen. Wie groß sind die denn? Guck mal, ist ein süßer Engel. Warum ist dein Kopf, äh, weiße Haare? Ja, ja, ist ein Engel. Ah, der Heiligenschein. Ja, Digga. Was denn? Willst du dich symmetrisch machen? Nein, so ist klasse. Ja, der ist doch was. Lachst du denn? Der braucht auch noch Flügel. Ich hab ja noch eine Minute. Was denn der Arme? Was ist denn das? Der arme Typ. Der arme Engel. Das ist doch... Oh Gott. Ah, guck dir das an. Wo soll der denn mit dem stumpfen Flügel hinfliegen, Alter, der Verkrüppelte? Wieso? Der hat super klasse. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hat der keine Arme? Doch. Wie soll der Lor im Bauch? Da kommen jetzt die Arme raus. Dann nochmal die Effekte. Du hast noch 8 Sekunden Zeit. Partikel Snowpuffs. Oh, hat nicht mehr geklappt. Naja, sieht trotzdem gut aus. Ist klasse! Sieht extrem gut aus, Alter. Wirklich, das ist echt gut geworden. Ja, schau mal, was die hier gebaut haben. Oh, was ist das? Er hat sich, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert, wa? Ah, das sieht aber richtig krass aus. Ja, aber ist nicht fertig geworden. Me... Mein. Na komm, er gibt, er kriegt ein Mail dafür. Also, wobei, it's okay eigentlich. Er hat sich auf jeden Fall derzeitlich ein bisschen sehr verkalkuliert. Ja, der Typ hat eine Angel gebaut. Ist halt, das Wort ist halt Angel und nicht Angel. Ach man. Oh nein. Ja. Scheinbar die ganze Runde nicht so clever. Leute, was ist denn... Ey, ich hab gute Chancen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ey, ich hab wirklich gute Chancen. Aber warum sind die alle so... Wieso spricht denn keiner Englisch? Seine war viel besser. Warum explodiert die denn bitte? Weil die Leute jetzt genug haben. Ähm... Was ist das? Das ist, glaub ich, ein Popoloch auf einer Stelze. Äh... Ich hör das. Ey, ey, Digga. Wenn dieser Engel dein Schutzengel ist, ne? Du wirst am liebsten... Dann hast du im Leben verloren. Dann hast du verloren. Der sieht ja nicht mehr was. Der hat ja... Direkt. Der hat ja nur einen Muld. Der sieht nichts. Bei der Geburt fällt so runter. Ja, aber da bin ich mein trotzdem. Too fat. Ja, das ist nicht sein einziges Problem, dass der too fat ist. Irgendwie ist bis jetzt alles echt kacke, ne? Ja. Digga, wenn du das jetzt gewinnst damit, Junge, mit verbundenen Augen, dann ist RIP. Dann ist es super klasse. Dann hast du einen Minecraft-Report-Rekord aufgestellt, Alter. Oh, der ist so cute. Da kann man mal guts geben, ne? So ein guter Sauna. Dafür gibt es nochmal einen Keks von mir, natürlich. Alter, gönn dir. Ist einfach weg. Die sind richtig lecker. Ja, das weiß ich. Deshalb hab ich die gekauft. Der sieht gut aus. Kann man auf jeden Fall make. Ich bin den auch klasse. Der ist gut geworden. Guck mal mal, okay, ne? Wobei, ne, eigentlich auch ein gut. Er hat blonde Flügel, keine Arme und sieht aus wie eine Zigarre. Was denn? Findest du den gut? Sieht doch schrecklich aus. Ja, aber er sieht immer noch in einem Engel aus. Ich meine, die anderen haben eine Engel gebaut. Ui, nice. Ja. Alter. Das ist wirklich ein schicker Engel. Junge, 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 Junge. Guck, er hat es sogar gut gewährt. Hast du gesehen? Oh. Der ist süß. Da gebe ich mal an, it's okay. Warte ich's? Ist das ein Tampon, Alter? Ich weiß nicht, oder ist das... Eine Karotte. Ne, ich glaube, das ist was anderes. Das ist doch eine Karotte. Ne, das soll, glaube ich, auf das heutige Datum anspielen. Das ist, glaube ich, eine Zigarre. Heute ist der 20.04. Ja, Leute. Und gewonnen hat... Alter! Jawohl. Was? Bats, zurecht. Digga. Oh, damn. Pidizel, mein Freund, Alter. Ich hab's gemacht. Junge, mit verbundenen Augen hat er Minecraft gewonnen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir spielen auf eine zweite Runde da hinterher. Ja. Okay. Ach so, ja, du musst dir die Sackdinge aufsetzen. Das ist kein Sackding, das ist eine wunderschöne Haube. So, pass auf. Ich bin noch... Was ist das Wort? Das Wort ist Dinosaurier. Ich guck's selber. Okay. Ich trau dir nämlich nicht, Alter. Habe ich's Inventar geöffnet? Ja. Zieh mir mal Blöcke rein. Ja, mach doch. Ja, Junge, du... Ich hab dir eben auch welche reingeschaut. Okay. Grün. Weiß. Grün. Okay, hab alles reingelegt. Jetzt geht's los. Ne, 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 ne. Bin ich am Boden? Ja, drück mal auf zwei. Weil eins war konkret. Okay. Ja, du hast was platziert. Du machst das wirklich gut. Jetzt fliegst du wieder. Oh, fuck, ist das schwer. Ich stell mir grad so geistig vor, wie ich mich hier drum navigiere. Hab ich grad so zwei Säulen gebaut? Äh, drei Säulen hast du gebaut. Jetzt gehst du gerade an die Border. Du musst dich einmal um 90 Grad drehen. Ey, das sieht richtig gut aus. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ne, aber dafür, dass du keine Ahnung hast... Ich fühl so ein ganz klein bisschen. Ich glaube, ich versuch grad zu Pflanzen oder sowas zu bauen um den Dinosaurier herum. Ja. Ja, das gelingt dir aber sehr gut. Echt jetzt? Ja, das sieht aus, als wenn das die schönsten Pflanzen, die ich je gesehen habe. Pall, das sieht scheiße aus, oder? Darf ich gucken? Ja, guck. Hä? Ach, Junge, das war ja nicht mal richtig. Ach, Mann, Alter. Wenn das jetzt grün gewesen wäre, Alter. Wäre ja nicht schlecht gewesen. Ah, Mann. Aber war leider rot. Okay, okay, okay. Schau dir? Ein Dino, ein Dino, ein Dino. Lass schon mal eine kleine Bewertung da. Man redet, wie sich hier wirklich anstrengend und ich wie so ein Fauler-Typ esse. Aber ich bin wirklich am Verhungern. Dankeschön, Alter. Aber es ist ja auch einfach unwahrscheinlich warm. Da muss man natürlich essen, ne? Ja, um mich kühl zu halten. Ich bin wie ein Leguan. Alter, du musst immer essen, um dich kühl zu halten. Ja. Trinken die nicht eigentlich dafür? Ne, Leguanen nicht. Okay, da weiß ich dann wohl nicht so viel wie du. Ja, ich bin ja auch Professor. Das ist ein Bein schon mal. Ich meine, du hast ja auch noch zwei Minuten. Ist ja perfekt, dass du schon ein Bein hast. Oh Mann, Alter. Du hast aber auch dafür, dass es so warm draußen ist. Bist du auch in schwarz gekleidet? Hast du noch eine Nackte drüber? Ja, ja, ich bin goffig, Alter. Ich bin emo jetzt. Was ich mal fragen wollte, ist es eigentlich gesellschaftlich akzeptabel, dass ich mit einer Badehose draußen rumrenne? Je nachdem, wie warm ist es auf jeden Fall. Jetzt so warm, so ab 25 Grad kann ich auch ruhig Badehose und ein T-Shirt tragen. Weil ich habe so wenig kurze Hosen. Wenn du am Ballermann bist, Alter, kannst du es immer machen. Ja, aber ich bin ja nicht am Ballermann. Ist Köln nicht der Ballermann 2? Ja, manchmal schon. Alter, das habe ich hier hingezogen, Junge. Am Karneval ist es auf jeden Fall immer Ballermann 2. Das ist der Ballermann 3, Alter. Das ist Ballermann 2 bis 6 ist das hier. Nee, Ballermann 6. Ein bisschen sieht das aus für Leute, die Pokémon gucken wie Sichtlor. Sichtlor als Dino, Alter. Man kennt ihn, oder? Oh, der hat aber ein krasses Mull. Krass, was du da noch rausgeholt hast. Jetzt müssen wir alle hoffen, dass es irgendjemanden gibt, der richtig gut bauen kann. Damit ich mir diesel mit erster Platz gewinne. Schwänzl, Alter. Zack, zack, zack. So. Ja. Würde ich sagen? Kann man auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall, ich glaube, ein Dino auch so ein Stück weit, ne? So, schauen wir mal hier, was wir hier haben. Das hast du dann wohl gebaut. Das könnte mein Zwillingsbruder gewesen sein. Mal Eisabredig. Es tut mir leid, das kann ich einfach nicht mehr. Ja, der hat halt ein Iglo gebaut. Man weiß auch nicht, was der für ein Wort da gelesen hat. Vielleicht spricht er auch einfach. Vielleicht kann er nicht lesen, der Typ. Ja, wir stellen einfach mal gar nicht mehr in Frage, was da geschehen ist, Palle. Weißt du, das ist geschehen und wir nehmen das einfach so hin. Wir nehmen das einfach so hin, Digga. Das macht kein... Was ist denn das? Das ist ein Kackahaufen mit Augen, Alter. Das ist Augenkackahaufen. Oh, hier explodiert ja alles. Da muss es doch eine Person geben, die mal hier... Oh, komm, da kann man... Oh, der sieht doch mal von vorne aus. Okay, Alter, it's okay, ne? Von hinten ist er halt, ist er ein bisschen... Also der könnte eigentlich auch von mir sein. Okay. Was ist denn hier los? Ist das stark oder ist das stark, Leute? Alter, guck mal, Junge, der. Also im Vergleich zu den anderen sieht er aus wie die Mona Lisa. Ja, oder? Und da sind zwei Minuten noch hingeschissen, Junge. Das ist wirklich krass. Guck mal, er hat sogar einen Screenshot mit dem Dino gemacht, siehst du? Alter. Er macht Screenshots, um zu lernen. Du wirst ja was wollen. Ich wirst ja... Ich nehme hier meine Fägekreis, Alter, ich gehe nach Hause. Das kann doch nicht klar sein. Guck mal, Junge. Sie können hier nix. Guck mal. Es explodiert einfach noch. Ey, ich sag, ich kann auch nicht bauen. Aber das ist wirklich echt nicht so schön. Das ist eine Unverschämtheit. Nichts gegen euch, wirklich nicht. Doch, doch, das geht gegen euch persönlich. Das ist eine Unverschämtheit. Und der Win is right. Damn, my friend. Damn, boy. Wir haben beide gewonnen. Jetzt können wir am Ende nochmal... Wie viel hast du? Wie viel Punkt hast du eben? Ich hatte im grünen Bereich. Ja, Leute. Dann bin ich wohl der Sieger dieser Challenge. Palle. Schade drum. Aber es war, glaube ich, nicht zu erwarten, dass ich eine Bau-Challenge gewinne. Leute, wenn ihr mehr solcher lustigen Minecraft-Challenges mit einer Baluton wollt, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht können wir mal mit verbundenen Augen Counter-Strike spielen, Alter. Oder Marathon laufen. Ja, klingt gut. Oder irgendwas Geiles. Autofahren, das ist eine geile Idee. Leute, macht das nicht nach. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut mal den lieben Palle vorbei. Grüßchen. Macht's gut oder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.